Mario, wir reden heute über Connected TV und dann habe ich mir das mal irgendwie angeguckt, Connected TV und dann dachte ich mir, klingt auf den ersten Moment plausibel, verbundenes TV, dann fiel mir aber ein, es gibt ja auch noch sowas wie Smart TV und dann dachte ich mir, ich frage dich mal als allererstes, weil das garantiert auch jeden Hörer interessiert, was genau ist denn jetzt Connected TV, was ist Smart TV, ist es dasselbe oder wie würdest du es erklären? Ja, ist dasselbe tatsächlich, Smart TVs sind ein Teil der Connected TVs, also Connected TV, wie du sagst, da geht es um das Thema verbunden sein und in dem Fall mit dem Internet verbunden sein, deswegen Connected TV Geräte und Smart TVs sind halt TV Geräte, die nativ schon über eine Schnittstelle verfügen, um sich mit dem Internet zu verbinden. Es gibt aber auch andere Geräte, sogenannte Zusatzgeräte wie Streaming Sticks, Spielekonsolen, die auch ältere Fernsehgeräte ermöglichen, sich mit dem Internet zu verbinden und das alles Smart TV Geräte plus alte Fernsehgeräte mit Zusatzgeräten, subsumieren wir unter der Begrifflichkeit Connected TV Geräte. Gibt es eigentlich noch irgendeinen Menschen, weil du gerade ja auch noch die ganzen Setup-Boxes, Streaming-Sticks etc. angesprochen hast, gibt es eigentlich realistischerweise noch irgendeinen Menschen, der ein normales, also in Anführungszeichen normales, altes Fernsehen ohne irgendwas mit Stream und Internet guckt oder ist es nicht schon längst Standard, dass so ein Fernseher einfach viel, viel mehr kann, als Fernsehprogramme abzustrahlen? Es ist so in der Tat, dass wenn du heute ein neues Fernsehgerät kaufst, handelt es sich in neun von zehn Fällen um ein sogenanntes Smart TV Gerät, wo die ganzen Funktionalitäten aus dem Internet, die digitalen Zugangsmöglichkeiten schon enthalten sind. Der Digitalisierungsbericht aus dem letzten Jahr weist aus, dass 20 Millionen Haushalte mittlerweile über mindestens ein Smart TV Gerät verfügen und damit in der Lage sind, halt diese moderne Form und diese neue Erlebniswelt, die sich da bietet, dann auch nutzen zu können. Das heißt, ein Teil gibt es in der Tat noch, der vielleicht mit Elterngeräten unterwegs ist, die noch nicht mit dem Internet verbunden sind. Der Großteil, gerade der über die letzten drei, vier Jahre sich mit dem Thema Fernsehen und neues Fernsehgerät beschäftigt und auseinandersetzt, der ist eigentlich auch in einer hybriden Welt, wie man so schön sagt, unterwegs. Weil du gerade sagst, hybriden Welt, ist den Menschen, dem durchschnittlichen Fernsehzuschauer überhaupt klar, dass das, was er jetzt da nutzt, in der Branche sozusagen, als was ganz anderes filmiert, als das normale Fernsehen. Weil ich habe immer den Eindruck, also meine Eltern haben auch inzwischen Apple TV dranhängen und Millionen Apps auf ihrem Fernseher etc. Aber wenn ich denen sagen würde, ihr nutzt jetzt gerade Connected TV, dann würden die mich wahrscheinlich angucken und würden sagen, Nee, 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 wir gucken Fernsehen, das hast du falsch verstanden. Also worauf ich raus will, ist, ist das ein Prozess geworden, der für die Leute einfach ganz alltäglich ist, ohne dass sie darüber nachdenken, jetzt eigentlich eine ganz andere Art von Gerät zu nutzen? Ja, das ist so. Das ist durch die Art, wie ich, sag ich mal, mein Fernsehgerät benutze, die Art, welche Inhalte ich empfangen kann, ist für die meisten, ist das Thema ein TV-Gerät. Und ich schaue halt Fernsehen und es ist so ein schleichender Prozess, dass die Art, wie ich dann halt Fernsehsau sich verändert, halt weniger lineares Fernsehen, vielleicht mehr digitales Fernsehen, sogenannte Streaming-Services oder Streaming-Inhalte. Und das sind auch eher die Begrifflichkeiten, mit denen die Konsumenten vertraut sind. Also sowas wie TV-Gerät, Smart-TV-Gerät, Streaming, geprägt durch die Gerätehersteller auf der einen Seite, aber auch natürlich die Anbieter wie Netflix, Lassou und Co. Das sind so die Begrifflichkeiten, die eher zum Tragen kommen und sowas wie Connected-TV, Address-TV, Advanced-TV etc. Das sind dann doch eher, wie sagt man so schön, Buzzwords in der Medienbranche, die immer stärker zum Tragen kommen. Und natürlich auf der anderen Seite die Werbetreibenden und Agenturen natürlich vor die Herausforderung bringen, mit dieser Vielfalt an Begrifflichkeiten, an auch technischen Möglichkeiten, sich zurechtzufinden. Das wäre jetzt gerade eigentlich mein nächstes Thema gewesen. Was bedeutet das denn eigentlich für die Branche, insbesondere natürlich für die Werbetreibenden? Also kann man sich vorstellen, dass das ohne Veränderung bleibt. Und wenn wir uns angucken, was Werbung im Netz ja vor allem unterscheidet von der analogen Werbung, ist ja die Möglichkeit beispielsweise des Trackings, der Personalisierung etc. Muss ich mir das im Fernsehen ähnlich vorstellen? Kriegt jetzt jeder seine eigene personalisierte Werbung, während er Tatort guckt? Das kann in der Theorie aufgrund der technischen Möglichkeiten ein Zielbild sein, ob und in welchem Umfang und Intensität dann tatsächlich die digitalen Möglichkeiten dann auch in der analogen Linie an Fernsehwelt dann zum Tragen kommen. Das ist eine Frage, glaube ich, zum einen des Datenschutzes, zum anderen der Standards, die sich entwickeln. Fakt ist aber, der erste Teil, den du beschrieben hast, dass eine Veränderung des Fernsehverhaltens stattgefunden hat. Und immer mehr Menschen sich in den digitalen Streaming-Umgebungen aufhalten, sei es im Gaming-Bereich, sei es tatsächlich im Film-Fernseh-Bereich. Es hat eine Vielzahl an Plattformen sich entwickelt, wo diese inhaltliche Vielfalt zum einen zum Tragen kommt. Zum anderen, da hat Corona sehr, sehr stark noch dazu beigetragen, hat auch die Verbreitung der technischen Möglichkeiten, also diese Connected-TV-Geräte, Smart-TV-Geräte sehr, sehr stark zugenommen und auch die Nutzung sehr, sehr stark zugenommen. Und im Vermarktungsbereich ganz gern Money Follow Reach. Und da ist sehr viel Reichweite entstanden. Also wir haben eine Umfrage, die wir jetzt seit fünf Jahren umführen zum Thema Advanced-TV, Connected-TV, Verhalten, Verhaltensänderungen. Und wir sehen, dass halt das Thema Connected-TV eigentlich in der breiten Altersgruppe, der 16 bis 49-Jährigen eine hohe Bekanntheit hat, eine sehr hohe Nutzung hat, auch eine sehr hohe regelmäßige Nutzung hat. Wir können schon sagen, dass das Thema Streaming und Connected-TV sich neben dem klassischen Fernsehen eigentlich etabliert hat und zu der in Anführungsstrichen normalen Nutzung dazu gehört. Was mich umtreibt, schon seit vielen, vielen Jahren, deswegen muss ich eine kleine Vorgeschichte erzählen. Ich hatte auch ein Leben, bevor ich Podcaster geworden bin, mehrere Leben sogar. Und das hatte unter anderem damit zu tun, dass ich mich für einen relativ großen Fernsehkonzern mal mit der Zukunft von Fernsehen, interaktiven Fernsehen, solche Geschichten beschäftigt habe. Also mehr von der inhaltlichen Seite. Aber der Gedanke war ja trotzdem gleich. Und es gab immer, das ist relativ lange her, aber trotzdem damals schon die Debatte, was passiert, wenn ein Fernseher mal einen Rückkanal hat, wie das damals so schön hieß. So, inzwischen hat man ja so eine Art Rückkanal, das kann man ja sagen. Trotz alledem gab es damals schon die Grundsatzfrage, was wollen Leute, wenn sie Fernsehen gucken, wollen sie dann wirklich interaktiv sein oder, um das damalige schöne anglizistische Buzzword zu benutzen, in einen Lean-Forward-Modus gehen? Oder ist der Fernsehgucker halt dann doch die Couch-Potato, die sich nach hinten lehnt und sagt, ich will mich jetzt einfach mal unterhalten lassen. Ich frage deswegen, weil das ja auch zum Beispiel auf Werbeformate durchaus Einfluss haben kann. Es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt einfach einen 30-sekündigen Spot sehe, in dem es heißt, da ist das und das. Oder aber, was damals ernsthaft ja irgendwie als Utopie mal so durch die Gegend geisterte, du siehst irgendwie einen hübschen Film im Fernsehen und siehst, die Hauptdarstellerin trägt die und die Hose und dann drückst du auf irgendeinen interaktiven Button und bestellst dir genau diese Hose. Da ging es gar nicht so sehr um die Frage nach der technischen Wirklichkeit, sondern nach dem, was Zuschauer, wenn sie Fernsehen wollen. So, vor 20 Jahren haben wir keine befriedigende Antwort auf diese Frage gefunden. Deswegen gebe ich sie jetzt gerne an dich weiter. Was denkst du, ist der Fernsehzuschauer ein aktives oder am Ende des Tages dann doch eher ein ziemlich träges Wesen? Sowohl als auch, ist die Antwort. Und das, was vor 20 Jahren vielleicht noch so als Utopie oder für einen Science-Fiction-Roman oder Film gedient hat, ist heute nicht in der Gänze, aber schon in vielen Teilen Realität. Also klar, wir haben im Bereich des digitalen Fernsehens auch mit klassischen TV-Spots, die halt digital ausgespielt werden, zu tun, also den 20, 30 Sekunden. Die Besonderheit hier ist, um das mal ein bisschen zu filetieren, wenn wir von klassischer Video-Werbung sprechen, haben wir halt den Vorteil, dass wir die Buchungs- und Metriken, die wir aus der Online-Werbe-Welt gewohnt sind, hier auch für die digitale TV-Welt nutzen können. Das heißt, als Werbetreibender habe ich die Möglichkeit, nach bestimmten Kriterien nutzerspezifischen Daten, gerätespezifischen Daten, meine Werbung auszuspielen. Und das trifft auch auf den Zeitgeist und das Interesse der Nutzer, weil auch die Nutzer natürlich diese digitalen Möglichkeiten und Funktionen im TV favorisieren. Zum einen natürlich die Vielfalt durch Digitalität schaffe ich es, doch deutlich kostengünstiger Inhalte zu produzieren und zu distribuieren, was für den Nutzer wiederum den großen Vorteil hat, dass ich einfach eine Vielzahl an Inhalten zu unterschiedlichsten Themen erfinde. Das einen freut in der Nutzung, das anderen freut in der Möglichkeit, dann diese Zielgruppen auch dann spezifisch anzusprechen. Und das hat sehr, sehr stark auch mit dem Thema gucken, wann ich will, was ich will, wie ich will, also diese Anforderungen an Plattformen und Inhalte des Distributoren, da den wirklich ganz spitz, den Need des Konsumenten zu treffen. Und die destruierende Seite nutzt das natürlich auch als Vorteil, um über Empfehlungsmarketing und Algorithmen, wir kennen das von Netflix und Co., dann werden mir Filme empfohlen, die meinen Nutzungsverhalten auch entsprechen, da reinzugehen. Das heißt, wir haben so eine Win-Win-Situation zwischen der werbetreibenden Wirtschaft auf der einen, dem Konsumenten auf der anderen Seite und last but not least natürlich auch den Inhalt der Gebern und die dahingehend dann natürlich auf die Bedürfnisse des Nutzers viel stärker eingehen können. Jetzt habe ich viel über das Thema Sports und Video und Empfehlungen gesprochen. Ein Teil deiner Frage war auch Werbeform und Interaktivität. Du hast das Beispiel, das Thema auch Shopping aus dem Fernseherlebnis heraus zu betreiben. Ich möchte gerne eine Anekdote erzählen. Bei VibroTV hatten wir einen Test mit einem sehr, sehr großen E-Commerce-Anbieter aus den USA und den Broadcastern hier in Deutschland und der Möglichkeit, aus dem tatsächlich laufenden Programm, wenn es dann in den Werbeblock ging, einzelne Spots zu markieren und dann einen sogenannten Call-to-Action, also eine Fläche einzublenden, dann in den Spot mit der Möglichkeit, dann wenn der Konsument sagt, okay, hey, das interessiert mich, das laufende Signal anzuhalten, auf diese Fläche zu reagieren und dann in das Shopping-Erlebnis auf dem TV-Gerät einzusteigen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil der Digitalisierung des TVs, dass wir die Möglichkeit haben, innerhalb des Big Screens ohne Medienbruch die Interaktion und das Engagement zwischen Werbetreibender und den Konsumenten herzustellen. Sehr, sehr großer Vorteil und da sind wir in den Anfängen. Also dieses Thema wirklich flächendeckend umzusetzen, da bedarf es noch definitiv mehr Technologie, mehr Standardisierung, aber die Anfänge sind schon da und funktionieren auch. Jetzt reden wir hier die ganze Zeit vom guten alten Fernsehen. Bewegtbild ist aber, das ist keine allzu neue Erkenntnis, ja inzwischen viel, viel mehr als Fernsehen. Also du kannst Bewegtbild ja im Prinzip heute überall da abspielen, wo es ein Display gibt, also sogar eine Smartwatch ist sehr theoretisch bewegtbildfähig, aber überall wo ein Display ist und wo irgendwie sowas ähnliches wie Internet in der Nähe ist, kannst du ja inzwischen bewegtbild abspielen. Was bedeutet denn das? Aus eurer Sicht werden wir noch öfter Dinge sehen, Kampagnen sehen, die über diese Kanäle hinweggehen. Kann man diese Kanäle vernetzen? Muss man sie vernetzen? Oder muss man letztendlich sagen, um es mal ein bisschen krass zu formulieren, der Fernseher im Wohnzimmer und ein TikTok-Videostream, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun? Ja, die haben es schon miteinander zu tun, denn am Ende des Tages, egal ob ich jetzt aus Inhalteproduzentensicht oder aus Werbetreibenssicht drauf schaue, auf der einen Seite wird Inhalt produziert, der natürlich auch über eine Vielzahl an Screens bestmöglich ausgestrahlt werden soll, um eine breite Nutzerschaft, auch in den verschiedenen Alterssegmenten, in den verschiedenen Nutzungssituationen letztendlich anzusprechen. Und für den Werbetreibenden gilt das im Prinzip ähnlich. Auch er hat natürlich die Herausforderung, dass er im Bewegtbildumfeld bestimmte Zielgruppen erreichen möchte. Und das ist kein Geheimnis. Wir wissen, dass im linearen klassischen TV die Reichweiten in bestimmten Zielgruppensegmenten schwächer werden. Und das muss ich als Werbetreibender natürlich irgendwo versuchen zu kompensieren. Und die Kompensation finde ich halt in den digitalen Welten und Screens. Und sei es, sag ich mal, der Desktop, der Mobile Screen, aber auch halt der TV Screen in seiner digitalen Art und Weise, um das zu verlängern. Es gab eine Sache, die ich sehr, sehr interessant fand, als ich mir eure Studie angeguckt habe, weil ich mir dachte, wow, das zeigt ja, finde ich zumindest, diesen ganzen Paradigmenwechsel nochmal sehr, sehr stark. Und zwar, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber ihr habt festgestellt, dass diese Selbstverständlichkeit beim Fernsehschauen, nämlich, dass ich erstmal als Startscreen sozusagen das, in Anführungszeichen, normale Fernsehen habe, dass diese Nutzungsgewohnheit nicht mehr so ist, sondern dass inzwischen irgendwelche andere Gewohnheiten oder andere Anwendungen für die Leute mindestens gleichbedeutend sind. Also, dass du nicht mehr automatisch erstmal deine ARD dran hast und dann sagst du mal, ich gucke mal, was in irgendeiner Streaming-App läuft, sondern dass Leute möglicherweise mit Netflix starten oder mit whatever. Aber wenn der Einstieg in die Fernsehwelt, in die Bewegtbildwelt schon so unterschiedlich ausfällt, gibt das irgendwelche Konsequenzen, die man als Werbetreibender beispielsweise daraus ziehen kann? Wenn ich also schon sage, ich weiß gar nicht genau, wie steigt denn der Zuschauer, der Nutzer überhaupt in diese Welt ein? Oder ist das egal? Nein, das hat mich auch überrascht. Wir haben zum ersten Mal festgestellt, dass der Großteil der Befragten in unserer Advanced TV-Studie tatsächlich die Benutzeroberfläche seines Geräteanbieters oder Inhalteanbieters sieht. Also entweder die Benutzeroberfläche des Smart-TVs und das zum großen Teil. Also, wenn du sagst, das Zahlen, also 55 Prozent der Befragten sind tatsächlich nicht mehr über das lineare TV-Programm eingestiegen, sondern über diese Benutzeroberfläche und davon der Großteil über die Smart-TV-Oberfläche. Das heißt, Smart-TV-Geräte, und das wissen wir auch durch eine andere Fragestellung, nämlich welche Zugangsart zum Connected-TV genutzt wird. Und drei Viertel der Befragten gaben auch da Smart-TV an. Das heißt, Smart-TV-Geräte entwickeln sich zu einem sehr, sehr relevanten, wie man so schön sagt, neulagischen Touchpoint, um Nutzer anzusprechen, und zwar anzusprechen, bevor sie ins lineare TV-Programm einsteigen, bevor sie eine bestimmte Streaming-App wie Netflix, Amazon Prime und Co. öffnen. Und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, dann für Werbetreibende, wenn ich weiß, okay, im linearen Umfeld erreiche ich sie vielleicht gar nicht mehr oder nur noch gering, dann die Benutzeroberfläche des Smart-TVs zu nutzen, um dort den Zuschauer abzuholen. Und das haben die Smart-TV-Gerätehersteller auch verstanden, diese Bedeutung, die sie auch als Werbetechnologieplattform innehaben, und bieten hier die Möglichkeit, Werbeflächen in diese Benutzeroberfläche zu integrieren, um dann die Zuschauer genau in dieser Nutzungssituation, die schon sehr sensibel und sehr besonders ist, dann auch anzusprechen. Das sind Werbeflächen, die wir aus der Online-Welt eigentlich kennen. Ein paar Stichworte nennen Sie, sowas wie Medium-Black-Tangle zum Beispiel oder große Header-Banner, die auf verschiedenen Platzierungen auf der Startseite, aber auch auf den Unterseiten, das muss man sich vorstellen, wie wenn ich im Web navigiere oder in einem Streaming-Service-Oberfläche navigiere. Ich habe da meine Kacheln, wo mir verschiedene Inhalte angeboten werden und dort sehr prominent sind auch Werbeflächen dann sozusagen integriert. Und das Besondere dieser Werbeflächen, vielleicht das noch ergänzend ist, dass diese interaktiv gestaltet werden können. Das heißt, anders als bei dem klassischen Videospot im Streaming-Bereich, der nicht klickbar ist, also zumindest noch nicht, sind diese Werbeflächen, der Benutzeroberfläche auf diesen Startseiten klickbar und können verschiedene Inhalte des Werbetreibens aufrufen, sei es eine App, die auf dem Smart-TV-Gerät integriert ist, sei es unterschiedliche Videos, die ich dann dem Nutzer zeigen möchte, spezielle Landingpages bis hin zu klassischen URLs aus dem Web, die hinterlegt werden können und die, wenn dann der Nutzer interagiert, den nativen Browser des TV-Gerätes öffnen. Und da bewege ich mich eigentlich so, wie ich es auch aus dem Web gewohnt bin. Also in der Tat eine sehr neue Möglichkeit, eine sehr attraktive Möglichkeit, hier Nutzer anzusprechen, additiv zur im Prinzip linearen TV-Zuschauerreichweite. Mario, die gemeinste und blödeste Frage habe ich mir natürlich ganz für den Schluss aufgehoben. Die ist deswegen gemein und blöd, weil man sie furchtbar schwer beantworten kann. Ich würde dich trotzdem um eine Einschätzung bitten. Was denkst du, wie wird sich dieses Thema Connected TV in den nächsten zwei, drei Jahren weiterentwickeln? Also wir haben ja einen weiten Bogen jetzt gespannt. Wir sind mal ganz zurück, wie das noch vor 20 Jahren war mit diesen Utopien. Wir sind dann angekommen bei dem, wo wir heute sind, nachdem sich die digitale und die Medienwelt aber nach wie vor weiterhin rasant verändern wird. Was meinst du, wie geht es weiter in den nächsten zwei, drei Jahren? Wir werden eine deutliche Zunahme sehen, was das Thema Inhalt angeht. Ja, sehr viele verschiedene Arten von Inhalten, auch Formaten von Inhalten auf der einen Seite. Wenn ich mir die Reichweite angucke an Media, die wir so über die letzten zwölf bis 18 Monate jetzt uns angeschaut haben, dann haben wir eine Verdreißigfachung gesehen in der täglichen Reichweite. Was natürlich geschuldet ist, ist der Vielzahl an Inhalten. Ich glaube, das wird sich fortsetzen. Was sich auch fortsetzen wird, ist die Möglichkeit, diese Inhalte aufzurufen. Das heißt, wir werden weiterhin noch mehr OTT-Plattformen, noch mehr Streaming-Services, App-Anbieter in dem Bereich sehen. Und mit Blick auf die amerikanischen Player und auch die lokalen Broadcaster werden wir auch eine weitere Digitalisierung und Differenzierung feststellen der Möglichkeiten. Also Inhalte der großen zwei Fernsehsender auf weiteren OTT-Plattformen, amerikanische Teilnehmer, die hier in den deutschen Markt eintreten werden. Und ich glaube auch, dass das Thema in der Breite noch stärker stattfinden wird. Wir sehen heute, wie gesagt, sehr starke Nutzung bei den 16- bis 49-Jährigen, wobei gerade dieses Segment der 30- bis 49-Jährigen dieses Jahr dann sehr stark zum Trage gekommen ist. Und ich glaube, auch da werden wir eine Verbreiterung nochmal sehen in der Bevölkerung, dass auch die 50-plus-Jährigen, zu denen ich mich zähle, auch eine sehr, sehr deutliche Steigerung in der Bekanntheit, in der Nutzung und auch in der intensiveren Nutzung der Streaming-Inhalte sehen werden. Und last but not least habe ich auch bei Connected-TV, in der Definition TV-Geräte, du hattest vorhin angesprochen, auch das Thema IoT, also Internet of Things. Allerdings, ich halte es nicht für abwegig, ich meine, heute haben wir Beamer, die in der Lage sind, also die mini-klein sind und in der Lage sind, große Wände zu bespielen. Warum nicht auch die Uhr, die in der Lage ist, dann irgendwann große Wände zu bespielen oder ähnliches. Also ich glaube, dass auch, sag ich mal, die technischen Möglichkeiten neben dem TV-Gerät auch zunehmen werden. Vielleicht jetzt nicht kurz, bis hier in den nächsten 12, 18 Monaten, aber mittelfristig, glaube ich, wird es da auch nochmal eine stärkere Differenzierung gehen, wo TV-Inhalte und das Fernseherlebnis überall genutzt werden kann. Mario Neumann, Unit-Direktor Advanced TV bei Goldbach, war heute bei uns zu Gast. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, warum Fernsehen schon lange nicht mehr gutes als Fernsehen, sondern inzwischen auch komplett durchdigitalisiert und versmartet ist. Mario, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für deine Zeit. Christian, dir auch. Lieben Dank für die Einladung, die Möglichkeit.